willkommen mein name ist man aber ich werde es mal ein bisschen audios auf let's playen ich bin da nicht der beste drin ist egal ich habe mir als lied als erstes lied mehr oder weniger ist es ausgesucht amici hey brother ist gut zu let's playen also zu spielen ja ich hoffe ich gefällt es und weil ich so voll pro bin labere ich euch einfach mega mäßig in das lied ich denke ich werde auch nicht perfekt sein weil ich muss zugeben das habe ich bis jetzt nur einmal bei dem lied geschafft nein zweimal eins war dafür nicht wirklich schwer und das andere habe ich zehnmal probiert und ja das werde ich jetzt mal einfach so wie ich das gerade lasse einfach so wie es kann schaffen weiß jetzt mal hochladen und für leute die angst haben das lied ist total einfach es wird später noch etwas schwerer ich muss zugeben ich bin nicht so der mega pro dass ich alles auf anhieb schaffen und mir fällt gerade auf dass ich mega krass vorbereitet bin ich bin in skype online in teamspeak und offensichtlich auch in steam na gut hoffentlich schreibt mich keiner an ich weiß dass es in den tag gibt wo man automatisch alles einsammelt glaube ich dachte ich offensichtlich nicht in diesen schwierigkeitsgrad aber ich will diese nicht nutzen ich steuere auch mit dem keyboard und nicht mit der maus und jetzt habe ich gerade ein braun gedrängt nicht so schön ja was gibt es denn zu sagen also der die seite also der channel auf dem das hochgeladen ist ist nicht direkt mein channel sondern mehr oder weniger von dem plan wo ich drin bin wir haben uns halt getroffen über ps oder vorher schon über skype einige und wir wollen einfach was zocken viele spiele und ja zum beispiel death pro also yugio leech of light trans so übliche sachen und irgendwann kam mir da einer mit der idee flops in den raum gestürmt und habe gedacht ok klar nehmen wir halt irgendwas auf ich meine mittlerweile gibt es so viele les plays kann man das kann ich mich nicht von erinnern habe ich schon konnte ich glaube ja ich glaube ich bin nicht weiter ich hab nicht erstmal verletzt das ist jetzt bestimmt eine andere 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 wir werden das ist jetzt schon einfach das geht ich bin jetzt noch nicht noch nicht um ich bin ja immer wieder du bist du bist du kannst ja du bist 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 Okay, das mit dem Let's Playen von Audiosurf habe ich mir gedacht, dass man damals eine Art Format machen könnte, wo man Leute aus dem Plan, also beziehungsweise auch Leute von euch, einfach Videos hochladen oder, keine Ahnung, drunter postet, wo ihr das gleiche Lied spielt oder keine Ahnung und einfach nur zeigt, wie gut ihr seid, ihr müsst nicht zwingend notwendig besser sein, aber ich nehme an, das ist der Anspruch für die meisten von euch, ihr müsst auch nicht zwingend notwendig reden, ihr könnt es einfach machen, wenn ihr wollt, finde ich, ist eine coole Idee, habe ich so, ich glaube auch nicht gesehen und ich muss zugeben, ist mir gerade beim Song eingefallen, weil ich daraus noch irgendwas machen wollte, weil ich gerade so mega nicht so gut bin Nun gut, immerhin eine annehmbare Punktzahl Ja, wie ihr seht, kein Score vorhanden, warum aber immer, ist bei manchen Lied und so Dann freue ich mich und bis zum nächsten Mal